Was machst du da? Also, naja, ich schreibe an der Küstenhexe. Zeig mal her. Hey. Mann, 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 ist das dein Ernst? Ich glaube, das mit dem Schreiben solltest du echt bleiben lassen. Schau dir mal den Absatz an. Wie bitte? So viele Fehler, so viele platte Wörter. Ich glaub's ja nicht und du wirst Autorin sein. Das will doch keiner lesen. Ich meine, der Absatz hier allein hat keine Ahnung. Wie viele Rechtschreibfehler kann ich gar nicht zählen. Ich lese mal vor. Das ist sowas wie ein Mülleimer. Für magische Gegenstände. Alles, was durchs Maul geht, verschwindet, falls es magisch ist. Hä? Hä? Was hat das bedeutet? Frag mich nicht, wo das wieder auftaucht. Ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist... Verschwind die Bus. Aber das klingt nach Kindergarten. Ah. So nenn ich den guten nur Murray. XXX. Nochmal wichtig. Fragezeichen. Nila ließ sein Handy in seine Posttasche gleiten. Ich hab was rausgefunden. Das Dint lässt Staub in Dunne leuchten. Ah. Nila dreht ihr die Augen. Mal werde ein St-Licht. Ausgabezeichen Punkt. Ich habe schon vier davon. Das ist Käse. Was machst du jetzt? Einfach weiterschreiben. Hör auf damit. Du bist keine gute Autoren. Das ist Müll. Das ist einfach... Dreck. Du weißt schon, dass das Ernst gemeint war. Du solltest besser machen. Du solltest besser aufmachen. Hey. Lass mich raus. Das war noch Kritik. Hey. Okay. Okay.